Wow, was für ein dicker Pinguin. Bitte setz dich. Also, die musst du unbedingt probieren. Die schmecken richtig gut. Mh, lecker. Die Farbe verändert sich. Schau mal. Oh, wie schön. Oh, ein Film. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Willkommen im Kobolddorf. Kobolddorf, willkommen? Ja, genau. Willkommen. Sieh doch. Was sind das für Wesen? Kobolde. Kobolde? Sind das sowas wie Monster? Monster? Naja, also das würde ich mir wirklich nicht sagen.